Ich starte jetzt mal hier bei den Betten. Meine Folge ist ein bisschen verkürzt. Let's fail! Das ist ein Fehl! Hast du nicht aufgenommen? Nein! Oh, Sinn. Das ist ein fataler Fehler. Passiert. Das war bei The Forest noch nicht anders. Ich gehe in die Ecke. Ich hebe mich in die Ecke rein. Kostenvoll, kostenvoll. Der Himmel weint wegen mir. Geht weg! Ich bin so traurig! Oh, eine schöne Blume. Guck mal. Erstmal heulen, oder? Schöne Blume. Ja, sorry, Leute. Ich habe den Einsatz gerade ein bisschen verpasst. Ja. Ey, das kann aber nicht wahr sein, wirst du? Da macht der Daniel seine erste Aufnahme, weißt du? Als er seine Anmoderation. Und du nimmst dich auf? Was bist du für ein Hurensohn, Alter? Naja, relativ ansehnlicher, würde ich doch noch sagen, oder? Ähm, könntest du, könntest du das nochmal machen? Also, alles auf zurück. Drei, zwei, eins. Schiki, 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 schiki. Waka, 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 waka. Los, sprich. Einen wunderschönen guten Tag. Hier mit dem Schiki. Ähm. Unabhängig. Victim of Games und Hugo Boss First. Die zwei Anhänger... Die drei Verrückten auf der Insel machen Sachen. Da müssen wir aber dazu sagen, dass der einzigste Verrückte hier mit Play endet. Und mit das anfängt. Was? Ey, ich will jetzt nochmal, komm jetzt nochmal mit ins Haus. Ich will jetzt nochmal ein Peckchen machen, wie er da in der Säschel liegt zu zweit. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ei, wie Ei, nix Ei. Also, ganz ehrlich, ich mag unsere Landschaft, so wie sie ist, bis jetzt mega gerne. Das, ja, wir haben schon was Schönes aufgebaut hier. Ja, aber wir müssen leider wieder in die Mine dran. F12 Objektiv, gell? F2. F2, wo ist ein F2? Ja, da. Sieht das geil aus, jetzt gehst du nochmal ins Leere. Tick, tick. Und, alles klar, hab ich. Okay, warte. So, oh. Ja, leg dich nochmal daneben. Uuuuh. Danke. Vor allem dein Schwert. Hanni, dein Schwert, das steht so hoch. Warte, ich leg mich... Warte. So. Gut nach. Wenn dir nicht anders. So geil. Weil, hast du Knochen oder Pfote? Ja, wer weiß, was das für ein Knochen ist. So, okay. Nice. Das ist mein Liebesknochen. Oh, und jetzt kommt mir meine Katze. Wölf hier, Leute. Hier hat sich meine Liebes, wie frech die alte Leute ist. Okay, einfach hier aufs Lüttel. Ja, ja. Ja, wollen wir jetzt mal zu dritt pennen, oder? Ja, komm. Ihr Schweine. Ich wusste es genau. Ich wusste es genau. Ihr seid so ein Volk, ja? Ich schlafe mit der Arsch an der Wand. Scheiße, ich schlafe in der Mitte. Okay, ich gehe ans Bauen. Wollte noch Bauen. So. So, ich bauen oder Miene? Äh. Eigentlich müsste man... Also, ich werde Holzfarmen gehen. Tatsächlich. Wäre meine Option. Oder soll ich mit Mienen gehen? Spricht eure Obrigkeit. Leute? Hm? Ja? Schon, oder? Ja, ich habe dich gerade was gefragt. Warum hakt es so? Wer hat... Ja, nee, beim... Beim Viermann hakt es immer. Okay. Ähm. Pass auf, Leute. Ich gehe jetzt einfach Holz machen. Ist das in Ordnung für euch? Und, ähm... Der Viermann, wo bist denn du? Dani, wo bist denn du? Warte mal, warte mal, Honey, warte mal. Wo bist denn du? Dani. Warum haut es nicht hin? Dani, der Viermann, wo bist du? Hier. Wo hier? Komm aus. In welchen? In unserer Base. In unserer Anfangshaus. Das Standard Base, okay. Fuck, Base, Junge. Ich komme jetzt mal rüber. Ich muss die Angst haben. Na, warum? Oben. Du bist... Ja, warte mal. Ich habe hier noch was für dich. Das trage ich schon die ganze Zeit mit rum. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Das war deine. Ist deine und wurde auch nie benutzt. So. Ähm... Haben wir noch Eisen da? Ja, ich habe... Bei mir habe ich noch Zähne meiner Brot. Ich würde mir gern mal zwei... Ähm... Äxte machen. Ja, dann brauchst du... Ja, nur, dass du Bescheid wüsstest. Ja, das ist ja schon ein Schild. Äh, jetzt noch... Okay. Okay. Ja, ich muss auch noch mal bei uns in die Hütte rein. Okay, also ich gehe jetzt in die Miene. Ja, ich hole jetzt gleich Holz. Ah, kommst du mit, Hannity? Ja, dann nicht mit. Weißt du, geht es zu zweit Minen hier zu? Ja, wir kennen. Ich habe genügend Spitzhacken dabei für uns. Okay, alles doch. Ja, ich habe schon mit dem Zombie. Ja, ja, ich habe ein bisschen steigst. Äh... Ola, rechts, links. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Ja. 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 Ihr seht schon wieder, wir streiten durch die Tiefen der Erde, ne? Und ja, das ist eine Gasse. Und versuchen da gerade irgendwie ein bisschen Eisen und generell Rohstoffe wieder heranzukrafen. Habt Gold wäre wichtig. Ah, hier, guck mal, hier ist Polo. Habt ihr irgendwo ein bisschen Eiche gepflanzt? Äh, eigentlich oben bei mir beim Hausmuster, doch eigentlich. Okay. Hier unten geht es generell eh weiter. Gut, hier waren wir auch noch nicht. Ach, hier, okay, alles klar. Ja, 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 das ist nur noch mal. Weil es sind aber, glaube ich, auch noch Eichensetzlinge müssten in Natur sein. Ja, ich kümmere mich mal drum. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe mich schon auch nicht reingesetzt. Ich muss erst mal fackeln. Hab noch zum Glück. Ich hab noch... Wett. Wettstumf. Ich depp. Ja, das haben wir weg. Oh, hier unten ist noch mehr. So, ich warte jetzt einfach mal hier, dass wir noch ein paar Setzlinge rausbekommen. Da hinten ist schon mal Licht. Boah, wie viel Kohle ist denn hier? Boah, jetzt mache ich eine falsche, falsche Taste. Hier ist generell viel Kohle. Das würde ich gern mal von mein Konto behaupten. Okay, hier war man noch nicht. Hier ist es dunkel. Ich komme gleich auch noch die Kohle ab. Mein Stress folgt ihr den Fackeln. Hier ist Redstone. Wo bist du jetzt dran gelaufen? Hier runter oder was? Siehst du meinen Namen nicht? Hier sind Diamanten. Mo, was? Wo bist du? Da wird jeder nervös, auch der, der an der Oberfläche ist. Wo bist du? Warte, ob es falsch gegangen ist. Ich bin hinter dir. Ja, sammle doch die Diamanten jetzt einfach ein. Ja, nee, ich will ja nur, dass wir uns hier zusammen, äh, dass wir uns wieder verlieren. Achso. Da. Ah, okay. Hier unten. Okay. Hier sind die, Mann. Ich habe schon eins eingesammelt. Ich gebe dir auch was. Ah, okay, cool. Weil es einer von uns sehr gut ist. Ich habe das erst mal ein Diamant, cool. Mein herzlichen Glückwunsch. Das muss gefeiert werden. Bruhu. Es gibt einen Schluck. Oh, wir müssen erst mal eine Flasche aufmachen. Neben mir steht das Bier schon die ganze Zeit alleine. Das ist nur Havanna. Ja, Mainz Vereinsamt auch gerade. Ohne Werbung zu machen, guckt es euch an, Leute. Das fließt rein in den Rachen. Denk recht, irgendetwas, nein, quetschen. Redstone ist mal bei dir. Flasche, schlund. Der oben auch schon. So. Alkohol ist keine Lösung. Denk dran. Oh, shit. Nein, ich habe das jetzt nur für die Jugend gemacht. Achso. Frei ab, Alkoholiker. Eisen. Nein, denk dran. Es bringt nichts. Und drunter ist Gold. Ja, sehr viel. So, wir haben ein paar Reichen. Ich habe hier erfolgreich alles versenkt. Wieso bin ich denn jetzt in den Kamm reing... Äh, Sven, bei wie vielen Minuten? Also, äh, ohne deine Minuten. Wir müssen auch nur ein Mittelmaß finden. Ja, was denkst du, wie viele Minuten haben wir aufgenommen, bevor ich eingeschalten habe? Ich glaube, da haben wir mindestens 10 Minuten schon verballert. Dann müssen wir jetzt bei 21 sein, sowas. In der Restein. Oh, ihr darf die Kohle haltern jetzt mal. Was? Ja, liebe Leute, ihr seht, die Höhengänge sind immer ein bisschen schleppend, aber wir versuchen euch irgendwie trotzdem bei den Laune zu halten durch irgendein dummes Gefasel, weil wir brauchen ja schließlich die Rohstoffe. Und wir spielen ja auch in Überlebensmodus. Also, in diesem Baummodus wäre ja sonst eigentlich langweilig. Aber hier ist noch Eisen. Da drüben ist Dingsbums. Dingsbums ist immer geil. Habe ich gehört, Dingsbums, da geht was. Was kannst du ab? Oh, die hier ist das nochmal. Vorsicht. Vorsicht. Oh Gott, mein Geil. Sorry. Ist das hier nicht Dingsbums? Das schwarze, wie ist das? Lapsi, 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 Lapsi. Ja, genau das. Okay, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Okay, hier geht's nicht. Warte, hier ist bloß noch ein bisschen. Mensch, mal drüben hier gerade ausrüber mal hacken und einen Stein setzen. Probier's aus. Ich würde mich hier mal rennen. Ah, okay, mach doch. Komm mal da irgendwo raus. Äh, cool. Ich werde einfach mal hier gerade aus durchbatschen. Los, nicht verrecken. Paschlau. Ähm... Ähm... Das ist ja eigentlich gar nix. Hier ist Sand. Hier ist Redstone. Hier ist noch Sand. Also Kies. Wie viel Gold haben wir denn? Ein. Wie? Du warst gerade, du warst gerade wieder weg. Was? Ein Goldbarren haben wir. Ein Goldbarren? Ja. Und viel Golderz hab ich. Redstone haben wir ja genug, oder? Eisenbahnen müssen wir ja auch noch genug da haben, oder? Nicht mal so viel. Nee. Naja, das nützt nix. Ähm... Ich mach mir jetzt ein paar Spitzhacken. Und in der nächsten Folge geht's ab in den Untergrund. Egal wohin, einfach runterbuddeln. Stein, Eisen und Kohle finden. Dein auch. Und Redstone. Also Redstone hab ich schon in der Zeit fast 128. Es sollte sich halt... Keine Ahnung. Also einer sollte sich vielleicht drauf spezialisieren, bis ganz nach unten zu gehen. Und in den ersten fünf Schichten, sag ich mal, ähm... Da trieb muss es umgehen. Warte, warte, warte. Gold zu suchen. Gold. Wir brauchen viel Gold. Hier drüben ist Lava. Warte mal, da grüßt drüben, macht es auch dunkel. Also nur, wenn ihr das... Wenn ihr das wollt, also... Hier ist dunkel. Eisen. Sehr schön. Auf jeden Fall müssen wir runter. Und schauen, dass wir Rohstoffe besorgen. Ja. Wurstzucker. Lecker Wurstzucker. Wie gesagt, ich geh jetzt rüber ins Bauernhaus, werd mich noch ein bisschen ausrüsten und dann müssen wir schon, ähm... Folgen, wo ich's schon machen. Also Spitzhaken hab ich... Drei... Oh, meine... Meine Ehre ist gleich kaputt. Ja, ich hab sieben dabei. Okay, dann sind wir ja gut ausgerüstet. Und da drunter... Also nur den sieben ist eine... Viermann Spitzhacke. Ja, das ist ja deine, die ich dir zugesteckt hab. Ja, mei. Teilen macht Spaß. Ja. Teilen macht Spaß. Irgendwann kenn ich das Lied drauf. War doch, glaub ich, vom Frauenarzt. Ich brauch... Ich brauch mal eine Spitzhacke. Hast du keine mehr? Nee, meine ist gerade in den Arsch gegangen. Ist ja eklig. Ja. Bin hinter dir. Mit welcher Seite denn zuerst? Das wäre die interessante Frage. Die Breite ist auch... Boah. Richtig eingehakt. Anschlag. Analisiert. So krass, dass wir immer noch nicht alles von dieser Höhle haben. Wie geht's weiter? Neun Gang auf und noch? Oh Gott. Creeper. Ich drück automatisch immer die rechte Maustaste. Wenn man ein Schwert in der Hand hat, schützt das immer. Ich hab ich nie... Ich hab noch nie... Ich hab die rechte Maustaste verwendet. Ja, wenn dich irgendwas angreift, ähm, Pfeile auf dich schießen oder halt ein Creeper neben dir explodieren sollte, sofort rechte Maustaste gedrückt halten. Ja. Was machst du? Wo bist du? Komm hier, komm. Hier, komm. Ja, also ich hab jetzt gerade die rechte Maustaste genommen. Das funktioniert wirklich gut. Ja, da zieht's dir vielleicht anstatt, ähm, sechs Herzen anderthalb ab oder so. Das ist wirklich... Uh, naja, gut oder was? Na ja, gut, nein, ja. Ähm, könnt ihr euch gerade ein bisschen sichern? Ja, ja, sind wir gerade hoch. Dann könnten wir jetzt, ähm, ja... Weil du preis schon machen? Ja, genau. Mach mal. Ähm. Ja, äh, Daniel, willst du nochmal abmoderieren, dass du ein bisschen reinkommst oder sollen wir wieder mal? Hier ist Gold. Ähm, das macht ihr jetzt. Ich hab rein, ihr macht raus. Okay. Och, du alte Sau. Äh, ja. Ähm, liebe Leute, ihr seht ja, der Daniel, der macht sein Ding wirklich recht gut fürs erste Mal, wo er eigentlich auch anmoderiert hat. Ähm, wir haben schon wieder den übelsten Plan, wir brauchen erstmal übelsten Rohstoffe, um generell wieder viel zu bauen. Ja, ich muss dafür sagen... Hier ist eine Mine. Ja, nein, ist doch gut, warte jetzt mal, der sei dafür. Vater, nicht zu viel! Der Sven, der baut oder sucht oder schafft oder was auch immer schon wieder. Daniel aggert immer noch, wie fleißig. Und ich moderier gerade ab. Ja, pass auf, ganz einfach. Wir verabschieden uns ganz einfach bei euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da. Ist ja nicht schwer. Einfach nur die Ligen Maustaste drücken. Ihr könnt's auch halten. Ja, auch nicht schlimm, wenn's euch nicht gefallen hat. Ich sag einfach mal, ciao, Leute. Zu Sven und zu Daniel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schön kommentieren. Ciao. Ciao. Ciao.